Hallo zusammen, mein Name ist Sascha Bachmann von Flyfish Europe. Ich bin hier zu Besuch bei ADH Fishing und möchte euch die neuen Produkte von Sims vorstellen. Hier die neue G3 Guide Wathose und die G3 Guide Paint. Diese Produkte kommen auch raus im Spring 18. Die neue G3 Guide ist neu jetzt vierlagig bei den Knien und der obere Teil ist dreilagig. Zusätzlich haben wir auch den robusten Gurt und die Träger hier zum Beispiel auch wieder ein bisschen robuster noch und leicht stretch also sehr angenehm zum Tragen. Die Möglichkeit die wir hier haben ist auch die Tasche die wir abnehmen können und zusätzlich ist sie hier noch fixiert, damit wenn etwas passieren würde, dass sie nicht runter fällt oder ins Wasser oder wir verlieren sie irgendwo. Auch die Schnitte hier vorne, die Nähte sind vorne und hinten schön, damit man wenn man läuft die Nähte sich nicht aufreiben und nicht hier auf der Innenseite. Und die Füsslinge auch aerodynamisch geschnitten, links und rechts und immer noch dasselbe perfekte Neopren, das wir auch sonst immer für unsere Wathose brauchen. Zusätzlich hier haben wir jetzt die Reissverschlüsse auf der Seite. Innen schönes Vlies schön warm, wenn man es dann wirklich mal kälter wird, kurz mal die Hände rein halten. Und auch hier vorne dann noch ein zusätzlicher Reissverschluss, wo man etwas Kleines noch verstauen könnte. Zusätzlich ein Patch noch, also eine Hammerhose, 15 Prozent mehr atmungsaktiv. Das ist das neue Gore-Tex Material. Die Pant ist durchgehend vierlagig Gore-Tex. Sie hat vorne einen Reissverschluss und auch hier den sehr robusten Gurt. Die Hose ist ein bisschen höher, aber auch hier einfach aufpassen, nicht zu tief ins Wasser, weil ihr habt hier nur eine Pant. Ansonsten die Nähte auch vorne und hinten und dasselbe japanische Neopren in derselben Qualität wie wir es immer hatten. Die neue Membrane ist leichter, atmungsaktiver und trotzdem robust und dann wirklich robuster. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit den neuen Produkten von Sims. 5 Oktober persönlich. 5 Oktober 2019 5 Bereich 5 6